Hey Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich auslosen werde, wer das, ähm, wie war es nochmal, Schmale gegen Alle gewinnen wird. Ja, es kamen 12 Kommentare rein und ich werde jetzt mal ganz schnell einfach random auslosen, wer das hier gewonnen hat und wer mein erster Gegner beim Schmale gegen Alle sein wird. So, hier seht ihr die Seite, hier ist das Video, das Infovideo und jetzt werde ich einfach mal random Pick Winner. Ja, so, wer wird es sein? Es ist der Fabian Killett. Okay, also Fabian, schreib mir in die Kommentare, wann du Zeit hättest zu spielen, vielleicht hättest du ja schon morgen Zeit, das wäre ja jedenfalls mega. Und ja, dann würde ich einfach sagen, das war es vom Gewinnspiel, schreibt, äh, ja, leider können nicht alle gewinnen. Und ja, unter dem nächsten Video, unter dem, wo ich dann gegen den Fabian gekämpft habe, könnt ihr dann eure Bewerbung nochmal reinschreiben und dann gucken wir mal, ob ihr dran kommen wird. Und bis zum nächsten Mal, ciao, ciao, euer Schmaluten.